Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 42.700 US-Dollar. Kaum Bewegung, war aber abzusehen, nachdem gestern auch die US-Märkte weiterhin geschlossen hatten. Wir haben kaum Volumen wirklich in den Markt bekommen. Keine wirklichen Impulse, weder Pump noch Dump gestern bekommen. Aber das kann sich heute natürlich noch ändern, denn die US-Märkte kommen heute wieder back. Wir werden wieder ein bisschen mehr Volatilität, denke ich mal, reinbekommen. Und möglicherweise immer noch unseren Pump in unser Ziellevel. Wie wir uns da möglicherweise immer noch positionieren können, das werden wir uns auf jeden Fall in einem heutigen Update-Video noch mal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Schauen wir, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten kostenlos, wie immer, in der Videobeschreibung. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 42.600, 42.700 US-Dollar grob. Wir haben gestern noch mal so einen kleineren Wig nach unten hinbekommen bei 42.200 US-Dollar. Leider immer noch nicht in den Zielbereich von 41.300 US-Dollar. Also mich stören weiterhin genau zwei Wigs. Und das ist einerseits den, den wir damals jetzt letzte Woche gehabt hatten, in Richtung 41.300 US-Dollar. Und diesen zweiten hier unten bei ca. 40.300 US-Dollar. Beide noch nicht abgeholt. Eher so ein bisschen Stabilisierung, was wir hier jetzt gestern, beziehungsweise jetzt übers Wochenende gesehen haben. Keine wirklichen Impulse. Und was auch wichtig ist, wir haben nicht geschafft, die Marke hier oben von 43.000 US-Dollar gestern nachhaltig nach oben hin zu durchbrechen. Wir haben eine Wig bekommen auf einer 1-Stunden-Timeframe, der sofort wieder instant abverkauft wurde. Und seitdem geht es wieder seitwärts. Das heißt für uns, wir müssen weiterhin abwarten, in welche Richtung sich jetzt der Markt orientiert. Grundsätzlich in den letzten Stunden versuchen wir zumindest mal höhere Tiefs hier reinzubekommen, was dann möglicherweise zu einem Breakout führen könnte. Also für mich weiterhin so die Marke 45.000, 46.000 US-Dollar. Einerseits wegen dem 0,5er Fibonacci Retracement Level. Andererseits natürlich auch wegen dem Golden Pocket hier oben bei 46.000 US-Dollar. Weiterhin im Bereich des Möglichen. Könnte heute dazu passen, wenn die US-Märkte dann möglicherweise öffnen, dass wir hier einen Pump sehen. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen vorbörslich angucken, sieht es aber momentan zumindest noch nicht so wirklich gut aus. Also wir sehen hier erstmal negative Vorzeichen beim Nasdaq und auch beim S&P 500. Sieht nicht wirklich gut aus, deswegen warten wir jetzt erstmal noch ab, wie sich das jetzt möglicherweise im Lauf des Tages ausspielen könnte. Kann natürlich auch sein, dass wir bei Börseneröffnung doch nochmal runtergehen Richtung 41.300 US-Dollar und dann nach oben hin pumpen. Das ist auch momentan die einzige Möglichkeit, wo ich derzeit ein bisschen Long reinsetzen würde. Hat einfach den Aspekt, mich stört dieser Wig hier unten bei den 41.300 extrem, weil er einfach zu groß ist. Also wenn es jetzt nur so noch ein Mini-Wig gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, können wir ignorieren. Aber so momentan ist mir das einfach ein bisschen zu viel. Und wenn wir jetzt hier Long gehen würden, bräuchten wir einen Stop-Loss mindestens auf 3,3%. Und das ist viel, viel zu viel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass trotzdem ein Pump kommt. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Natürlich vom Risk-Reward würde es passen, aber ist jetzt auch nicht gerade wirklich das geilste CRV, wenn wir 3,3% nach unten hin haben. Und ich sage jetzt mal, Mindest-Upside von 6% wäre jetzt nicht wirklich geil. Also ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. Deswegen warten wir hier jetzt erst nochmal ein bisschen ab, bis wir hier möglicherweise in eine Long-Position eingehen. Denn ansonsten gibt es hier von meiner Seite aus wenig momentan zu besprechen. Wie gesagt, Mindestziel sind für mich weiterhin die 45k. Und dann müssen wir sowieso gucken, wie es weitergeht. Weil sollte das jetzt im Endeffekt ausspielen, dass wir hier nach oben hinkommen, entweder ins 0,5 oder ins Golden Pocket. Und wir hier dann eine Rejection reinkriegen, das heißt Widerstand reinbekommen. Dann haben wir ein tieferes Hochgebild. Und dann, wie gesagt, bin ich weiterhin davon überzeugt, dass wir nochmal in Richtung 38.000 US-Dollar abverkauft werden. Denn daran ändert sich auch derzeit momentan zumindest noch nichts. Gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Oder ob ihr sagt, nee, wir pumpen jetzt komplett durch oder nicht. Heute ist ja wieder ETF-Start. Mal schauen, was da heute wieder rauskommt. Also ETF-Start meine ich, dass wieder gehandelt wird. Könnte natürlich auch nochmal ein bisschen Auswirkungen haben dann auf die normalen Börsen. So, gehen wir rüber zu Ethereum. 1 zu 1 das Gleiche. Gestern Feiertag, keine wirklichen Impulse. Also auch hier warte ich weiterhin, ob wir hier überhaupt nochmal in eine Long-Position eingehen. Denn wenn dann hier unten 2460 bis 2440 hat einfach den Aspekt, wenn ich jetzt einfach mal die grüne Box, die können wir jetzt wegmachen, nachdem die Ineffizienz gefüllt ist, hier nochmal in diesem Bereich hier testen, weil wir hier vorher extrem viel Widerstand hatten bei 2440. Da könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass wir hier mehrmals rejected worden sind und das auch erst einmal so das grobe Ziel war. Dann sind wir impulsiv nach oben hin durchgebrochen. Und jetzt nochmal ein Retest wäre eigentlich die sinnvollste Möglichkeit, dass wir hier runter gehen und dann in Richtung Golden Pocket, grob Golden Pocket, möglicherweise sogar noch ein bisschen höher, weil die Ineffizienz hier ein bisschen höher ist, um dann, sage ich mal, hier auch ein tieferes Hoch zu bilden. Das sind so momentan die Möglichkeiten, die ich zumindest bei Bitcoin und bei Ethereum sehe. Das heißt, jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten, bis wir wirklich in mögliche Zielzonen kommen. Ansonsten tut sich hier meiner Meinung nach deutlich, deutlich zu wenig. Auch wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Stockmärkte reingucken, Gold überhaupt keine Bewegung, DAX weiterhin überhaupt keine Bewegung und wie gesagt, die Stockmärkte sind momentan vorbörslich erst einmal im Minus. Was wir vergessen haben, im Wochenausblick ein bisschen zu gucken, ist Öl ein bisschen anzugucken. Das heißt, West Texas Oil haben wir darüber gesprochen, dass wir darauf mal ein bisschen größeres Augenmerk werfen werden in den nächsten Wochen und da sehen wir, okay, wir sind kurz knapp an dieser grünen Box das erste Mal vorbeigeballert, kann man ehrlicherweise sagen. Wir sind immer noch in einem Downtrend momentan gefangen und es gefällt mir nicht wirklich gut, wie das hier läuft. Deutet für mich immer noch darauf hin, sobald wir hier wirklich unter die Marke zwischen 63 und 66 Dollar pro Barrel Öl fallen, dass hier dann möglicherweise wirklich die Märkte dann deutlich mitgezogen werden. Also das ist mir jetzt noch, habe ich vergessen, einen Wochenausblick nochmal ein bisschen genauer darzustellen, aber da bleibe ich dabei, das wird momentan so ein bisschen der Gamechanger sein für die nächsten Wochen auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, ist es relativ ruhig heute, es wird sich kaum etwas wahrscheinlich erst einmal bewegen, außer wie gesagt die Stockmärkte, aber da hoffe ich wie gesagt noch, dass wir vor allem beim S&P 500 hier minimal noch unser All-Time-High hier möglicherweise treffen. Das heißt, wir müssten ungefähr einen Move von 1,1% machen. Das ist heute im Laufe des Tages auf jeden Fall möglich. Natürlich, news-technisch haben wir ja schon die Woche darüber gesprochen, steht eigentlich heute nichts an. Ihr seht es hier, Dienstag absolut ruhig, es tut sich gar nichts, auch Mittwoch relativ ruhig. Ansonsten bleibt von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen. Wir fangen morgen wieder mit Altcoin-Videos an. Das heißt, Litecoin habe ich auf dem Schirm und HBAR. Die zwei Altcoins werden wir auf jeden Fall im Laufe der Woche nochmal ein bisschen besprechen. Ansonsten schreibt gerne eure Wünsche unten rein und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann, denke ich, morgen erst wieder, weil ich heute auch den ganzen Tag unterwegs bin. Und ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.